Zuerst ist nichts, dann beginnt alles. Der Früchenall lässt das Universum entstehen, das sich mit rasenden Schwierigkeiten ausfügt. Die Erde entsteht, ein unglühender Planet, der langsam abkühlt. Aus dem ankührenden Gestein formen sich die Vorfahren unserer heutigen Kontinente, umschlossen von einem Urmeer. Und dann das Wunder. Leben entsteht im Wasser. Zuerst Einzeller, die sich zu immer komplexeren Lebewesen entwickeln. Das Leben schafft den Sprung an Land. Der Urzeitkontinent Gondwana entsteht. Gondwana wird zum grünen Kontinent, dessen Herrscher die Ruhe und Sauberzeit. Gewaltige Erdkräfte lassen Gondwana schließlich auseinanderdriften. Seine Bruchstücke bilden heute Südamerika, Afrika, Indien, Australien und Antarktika. Die Dinosaurier sterben vor 65 Millionen Jahren aus. Die versteinerten Knochen derselben Arten findet man heute auf verschiedenen Kontinenten als einen Beweis dafür, dass Gondwana einst existiert hat. Im fortwährenden Spiel der Elemente veränderten sich die Umweltbedingungen auf den neuen Kontinenten. Tier- und Pflanzenarten passten sich diesen Gegebenheiten an und entwickelten sich zu neuen Fahnen. Nur wenige Arten blieben seit Millionen von Jahren in ihrer Grundform fast unverändert. Unser heutigen Regenwälder sind ein Erbe dieser Artenvielfalt. Doch der Lynch bedroht dieses Erbe. Durchflächennutzung, Raubbauer und ungiftig. Durchflächennutzung, Raubbauer und ungiftig. Nur wir gemeinsam können diesen faszinierenden Lebensraum verstehen, haften und schützen. Begleiten Sie uns weiter auf unserer Deckungsreise durch den Regenwald. Lernen Sie einige Arten und die Vielfalt der Vorwahl von Erzeuglichkeiten. Erzeugung des Erzeugen des Erzeugen des Erzeugen des Erzeugen der Villers. Aus dem Knobbauer und erzeugen Sie auch über die Höhe der Inselimmun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.